Kölnstraße 37. Haben Sie sich so ausgestrichen, das Blech? Das hat ja auch eine Farbe gehabt, oder? Na, das ist egal. Das ist wie die Daumen. Das ist wie die Daumen. Die Daumen sitzen ja unten in der Rennie. Da, immer der Schilder, der Hans. Ich habe das Wasser am Raufen gegeben. Das ist heute alles gewissen. Kann man da funktionieren?